so Lukas jetzt gucken wir mal ob alles läuft für den geilen Film Kollegen läuft alles ja hier sieht alles gut aus ok super ich guck mal kurz ja die Kamera läuft jeden Fall kurz die ja die läuft auch eigentlich gut ja ok da ich guck jetzt mal einfach hier ja die sitzt auch an ah ja super ok im Gebäude sind die wahrscheinlich auch alle an Kollegen habt ihr die Gebäude auch angemacht ja haben wir ok super dann vertraue ich euch mal da oben die ist wahrscheinlich dann auch an ok der Mikrofon ja super ok gut dann würde ich sagen wir können eigentlich anfangen let's go ja Leute ihr seht schon richtig heute werden wir den Film Pennywise nur in Fortnite drehen ja aber wie ihr schon gerade beim ganz Anfang Intro sag ich jetzt mal aus äh Vorblende gehört habt es ist auch einer mit dabei das ist der liebe Lukas ja gute Begrüßung äh ähm ja ähm ja Leute mit dabei ist der liebe Lukas mit dem wir auch bestimmt schon jedes Who's to your daddy gedreht haben ne dieser Quinde Lukas und ja ich würde dann würde ich sagen ich esse auch Pizza so gut das reicht ähm ja und dann ja genau du bist eine ganz wichtige Person in meinem Kanal richtig und äh und dann würde ich sagen Leute also ich erkläre kurz äh schnell durchlaufen nochmal den Fakt wasser ähm also wie das geht okay Leute ich erkläre kurz wie es funktioniert also wir machen so als die Kamerans hier laufen und dann machen wir so als wir den Film S also wir drehen den Film S in YouTube so ey kannst du mal bitte aufhören na ist egal kill mich einfach wenn du willst und ja und ähm ja also wir erklären das halt also ich bleib auf uns stehen also wir erklären das also wir spielen halt bei YouTube halt den Film S in Leute schreibt mal in den Kommentaren wer den schon aus geguckt hat ich hab den halt jetzt halt nur halb geguckt weil ich die andere Hälfte noch nicht geschafft hat zum gucken ähm ja werd ich aber auch mal bald machen und ne ich hab keine Angst ich hab halt keinen Bock mehr gehabt das zu gucken weil das ähm irgendwann nochmal langweilig war ein bisschen ja geh ich so und ähm ja halt ähm ja und dann machen wir halt so als die Kameras die hier alle stehen machen mache ich dann halt also machen wir machen wir halt so dass die halt so laufen und dann machen wir halt so als das YouTube Video die Kameras werden die gerade aufnehmen und dann halt den ganzen Film S aufnehmen also halt den halben es wird ein Fortsetzung folgt gehen ich weiß ich hab das andere Who's to Daddy wo ich mit äh Banküberfall gemacht und dann nachher mit Lukas weggefahren bin auf jeden Fall ich alleine ähm ja da ist auch äh Fortsetzung folgt das erste Video könnt ihr ja mal vorbeischauen ähm ja also ja ja oder ich mach's einfach in der Infobox mal gucken und ähm ja da könnt ihr auch gern vorbeischauen und ähm ja da hab ich auch schon ähm Fortsetzung folgt ich weiß ich mach so viel Fortsetzung folgt rein und das bring ich erst nach 8 Monaten ich weiß aber Leute ich hab mich geändert pass auf ich mach jetzt hier ein Fortsetzung folgt und im nächsten Video ähm also im nächsten Video da ich rein stelle wird erst das Fortsetzung folgt von den ersten Who's to Daddy kommen und von das Who's to Daddy hier äh den Who's to Daddy ist das hier nicht von ich sag mal das Film S Video ähm wird dann erst danach kommen also wenn das Video gedreht ist und hochgeladen ist und Fortsetzung folgt dann wird erst das andere Fortsetzung folgt kommen ja und geht dann zufrieden schreibt es unten in die Kommentare und ich würde sagen nicht über lange blabbern wir haben schon wieder drei Minuten fast vier Minuten aufgenommen ich würde sagen wir fang jetzt auch direkt mal an ah 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 was macht das Geräusch was ist das? oh hallo oh hallo aber aber okay okay wer bist du denn überhaupt wenn ich frage? da ähm okay ähm ja okay willst du denn ähm komisches Ding hier nicht haben? ähm okay okay Leute kurz ganz kurze Einblende ähm ganz kurze Einblende also Leute das Video ist aus lustig gemacht deswegen lachen wir auch mal mittendrin oder machen mal einen Fail dann mache ich Fail einblenden also das ist alles nur Spaß gemeint ne das ist jetzt nicht irgendwie dass wir den Film kopieren oder so ist jetzt einfach nur alles so so Spaß gemeint das Video meine ganzen Videos sind aus Spaß gemeint ja? okay jetzt gehts weiter mit das Video okay also du willst es wieder haben ja? ah bitte nicht ah okay ich geb dir schon wieder ah ich kann keine helle große tragen ah ah das wird weh ah ja okay was willst du noch irgendwas von mir? okay gut ah ah mann um Mittag der nervt aber so jetzt erst mal wieder Mittagsschlaf machen oh äh ähm ah 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 was äh was naja wie sagt wann pack die Licht rein oh äh hallo hallo ey was ist los was ist denn was willst du ah 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 das Licht Junge das ist splendid ah ah bitte hör damit auf ey was ist denn los wieso bist du wieder gekommen? Hühnerbraten? äh ja ich will mal gleich was kochen ja weil wir tanzen ja Pizza er weiß nicht ob ich die Pizza er weiß doch nicht ob ich die Pizza essen soll ja ja lass Pizzabisch hin pfff 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 okay äh gut dann warten wir jetzt mal n medically warte ich komme raus ah die sonne ich bleibe wieder was drin oh lecker Ich muss einfach noch eine Pizza essen. Die schmeckt so lecker. Äh, ne, ne, ich meine Pizza. Mh. Ah, lecker. Okay, äh, dann ciao. Ähm, äh, ja, ciao. Ich will meinen Mittagsschlag weitermachen. Oh, super, es ist nacht geworden. Jetzt kann ich rausgehen. Es blende mich, jetzt ist die Scheiße auch nicht mehr. Oh, super, hier ist es natürlich noch besser. Hier ist es natürlich überall schaden, aber hier ist es auch eigentlich ganz okay. Oh, was mag ich denn heute? Tanzen? Ne, kein Bock. Ähm, jubeln? Oh, kein Bock, hier ist ja nichts. Bodyflips machen. Oh, gestanden sogar. Hm, das war, ich habe durstig. Hä, wo kam der denn jetzt her? Haben wir Weihnachten? Ach, ist egal. Sind wir jetzt am nächsten Weihnachtsmann oder was? Hä, die verfolgen mich. Ich kicke jetzt sogar als Penny bei Angst. Ah, ich kicke jetzt wieder rein. Ah, jetzt kann ich jubeln. Ah, ich bin in die Weihnachtsmann. Ah, ah, ich kicke jetzt wieder rein. Ah, ah. Sind sich niemanden weg? Ah, ich kicke jetzt wieder rein. Ah, ja. Oh, nein. Äh, hallo? Hallo? Ah, bitte kein Licht. Okay, das Licht kann ich nochmal tragen. Aber kein Ding ist das Licht. Und das ist nicht so. Ah, ich bin schnell mal. Ah, ah, achso. Äh. Ah. Ah, ich bin erkennlos. Ah, flere Allergien ja gar nicht. Das ist alles wie Gwerfgespüren. Ah, hier noch. Ah, äh. So, ich bin schnell mal rein. Und jetzt muss ich weg. Die ganze Schneebeider kommen. Nein! Schneeschuppe. Nein, ich bin selber einer. Nein, aber Hilfe! Ja, alles gut. Wir waren hier schnell. Ich meine, ich habe einen Horrorfilm geguckt. Genau. Ja. Obwohl, hier habe ich nicht mein Fernseher. Ja, klappt ja alles. Geh mal raus. Ähm. Was? Ich habe kein Fernseher. Doch! Klar habe ich einen Fernseher. Äh, weil du Geheimbasis hast. Äh, hast du einen Scheiß ausgedacht? Nein. Nein. Lass du nicht. Aua! Bitte lassen Sie mich. Okay, 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 okay. Alles gut. Warte. Warte, bitte. Okay, okay, ja. Ja, kommen Sie mit. Warte. Ja, okay, ich habe keinen Fernseher. Tut mir leid. Ja, ich habe keinen Horrorfilm. Aaaaaah! Das ist mein Horrorfilm. Oh, eigentlich ist ja gar nicht so schlimm. Ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Es ist dunkel hier. Äh. Oh. Oh, nehme ich kalt. Okay, ich mache den Schimmer wieder. Ja, gut. Oder? Können Sie es bitte lassen? Okay, warte. Sonst ist jemand hier weg. Nein, lassen Sie mich bitte mit Schneemann. Lassen Sie mich bitte mit Schneemann. Ich habe Hunger. Ich habe jetzt aber keine Nummer auf Scheißpizza. Ah, da kommt einer. Ach nee, das ist der eine. Nee, den will ich nicht. Hm. Gennady. Oh Gott, der kommt. Oh Gott, der kommt. Oh Gott, der kommt. Ja, da kommt einer. Ich mache alles mal so. Jetzt ist es ja dunkel, also er sieht mich nicht an. Er ist schütteltert in Taschen, aber er steckt mich einfach hier. Vielleicht ist er mich nicht. Ah, ich kenne sich irgendwie lange abgeschmiert. Ja, hi. Willst du Pizza? Ja. Okay, super. Äh, geh weiter. Tschüss. Okay, er ist weitergegangen. So, jetzt rausschleichen. Ah, super, hier ist er im Fernseher. Gleich mal Kartons gucken. So, wer wird wieder um hier? Oh, ja, ja. Und weiter geht's. Fernseher gucken. Ja, Kika, Kikalinchen. Kika, Kikalin. Ah, Juschi. Ah. Ich gehe schlafen bei der Höhle, ist er da. Ja, das Bett ist gut gemacht. Ja. Hallo, Herr Schneeberg. Können Sie mich bitte rauslaufen? Ja. Dann halt nicht. Okay, schalte ich dann die andere Tür raus. Ah. 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 Ah, was passiert? Ah, helle, helle. Hä, ist man doch gerade noch? Ah. Ich, Dovian. Das war alles nur ein Traum. Ah, und ich denke gerade, hier wird echt Schnee, Männer. Obwohl, in der nächste Mal kein Traum kommt. Ah. Der Nachbar zu machen. Ja, hi. Was ist? Ah, super. Schnee, Männer. Ey. Ah, nö. Ich habe keinen Bock auf Schnee. Ja, sieben. Ja, es war wirklich kein Traum. Aber egal. Ah, okay. So. Okay, hallo. Ähm, ja, hier wollen Sie Pizza? Lassen Sie mal kurz Pizza. Wollen Sie Pizza? Okay. Ah, ich nehme mal kein Bergdienst. Okay, ich gebe wieder meine Höhne. Tschüss. Hier. Achso, hier. Das Geschenk doch. Hier, Sie können es behalten. Das war eher gestiegen. Tschüss. Kann Hölle nicht ertragen. Aber jetzt, jetzt, jetzt erst mal. Äh. Ja, ist egal. Da habe ich uns nicht so viel Licht. Ähm. Ja, jetzt, jetzt gucke ich mal. Jetzt also schlafen bis nachts. Und dann mal paar Kinder fressen. Äh. 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 Boah, es ist nachts. Geil, ich weiß nicht. Äh. Ich habe so Kopfschmerzen. Äh. Äh. Ich habe so Kopfschmerzen. Äh. So ist egal. Ich, ähm. Da geht es erst mal. Kinder fressen. Ha, 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 ha. Kinder fressen. Neu ja, Necker. Kinder fressen. Hm. Ah, da läuft einer. Da läuft einer. Hallo, Kindchen. Möchtest du einen Ballon? Oder tanzen? Äh. Nein. Danke. Doch, komm, lass mal ein bisschen tanzen. Warte, Kindchen, komm. Ich hole mal einen Luftballon raus, so. Hier, guck mal, Luftballon. Yeah. Oder Luftballon. Hallo, Ballon. Äh. Oh, ich habe gepupst. Das ist verplatzt. Ähm. Ja, okay, also. Ja, okay. Also. Ähm. Möchtest du einen Luftballon? Äh. Nein. Ja, okay, gut. Ähm. Möchtest du? Ah. Ah. Gibt der mehr? Hm. Das nehme ich mit. Das ist nach meinem. Für immer noch mein Essen. So, wenn das Essen noch wieder warten, bis Tag ist. Ha. 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 Was ist passiert? Wieso ist doch nachts? Ja, ich schlafe doch, wenn ich gut gegessen habe. Hä, war das noch nicht genug? Doch. Das ist auf jeden Fall genug. Mein Bauch ist voll. Ich habe, ich habe volle Gefühle. Das war Kind, war groß, ey. Soll ich mal ein paar Mal mit dem Luftballon klingen? Ja, komm. Ich bin toll. Hui. Oh nein. Ich will runter. Ah. Ah, mein Karte. Ich habe immer einen Fallschirm dabei. Okay, warte. Ich tue die Luftballons mehr. Lebe weg. Ich bin ja kein schöner Klau. So, weg damit. Runter. Fein. So. Ähm. So, okay. Ich gehe jetzt erstmal wirklich schlafen. Ich hoffe, dann wird es Tag. Und ja. Ah, gute Nacht. Ah. Okay, Leute. Noch mal ganz kurz eine kurze Einblendung. All. Herr Lukas. Also, ganz kurze Einblendung für euch. Ähm, passt auf. Also, wenn Lukas gleich... Lukas ist ja noch nicht jetzt gleich im Teil. Er ist gleich, wenn es wieder Nacht ist. Also, jetzt wird es nochmal Tag. Dann spiele ich nochmal meine Rolle. Dann wird es wieder Nacht. Und dann kommt Lukas spielen. Dann kommt Fortsetzung voll. Ja? Leute, es ist... Wir haben 17 Minuten. Vielleicht 18 Minuten. Also, ich schon ein kurzes Video. Aber auch nicht so kurz. Ja? Also, Leute. Eine kurze Einblendung für euch. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Ich wollte das jetzt was anderes sagen. So. Also, wir kommen jetzt zum Punkt. Also. Der, ähm... Er kann ich es auch mal kurz zeigen. Er hat einen Heavy Sniper. Zeig mal. Genau. Damit zählt er gleich auf mich. Aber er schießt mich nicht ab. Sondern das ist die Kamera. Es soll die Kamera sein. Ja? Die Kamera herstellen. Ja? Der Lukas, wo es gleich noch Tag ist, ist jetzt noch so... Wie gesagt. Also, Lukas ist jetzt in Wirklichkeit, also... So... Ich spiele jetzt so ein Kameramann. Und ihr beachtet den ganz schnell, wenn er mal neben mir ist oder vor mir. Ihr beachtet ihn gar nicht. Ihr macht einfach so, als es ein ganz normaler Typ wäre, der gerade Probleme hat und mit einer Sniper auf dich zielt. Ja? Also, auf uns zielt. Ja? Okay, Leute. Es geht weiter mit dem Video. Viel Spaß. Ah! 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 Warte, ich will die Schutzkleidung anziehen. Also. Ein bisschen besser. Von der Käppi. Ach ja. Da, jetzt kann ich Tag erhalten. Aber was soll ich heute machen? Tag kann ich nichts machen. Was sind denn das alle? Einfach ein bisschen tanzen, da komm. Ja, tanzen. Obwohl, aber das macht irgendwann auch keinen Spaß mehr. Hm, was soll ich bloß machen? Was soll ich bloß machen? Hm, hm. Hm. Ja, ich muss noch mal tanzen. Okay, reicht. Hm, was soll ich heute machen? Pizza essen? Ja, komm, ich hab ein bisschen gebraucht. Am Tag kann ich nichts anderes ziehen. Hm, lecker. Was soll ich machen? Anderen Tanz? Nein. Was soll ich machen? Es gibt am Tag nichts Cooles zu machen. Kein nichts Cooles. Hm, muss ich spazieren gehen? Nee. Hm, muss ich Handchef machen? Ich bin ja Zirkus-Klauen. Nein, natürlich nicht. Ich bin auch geklaut, aber ach ja. Ähm, nee. Soll ich Lose-Sans machen? Nee, kein Bock. Soll ich heulen? Auch kein Bock. Hm, was kann ich machen? Soll ich abfeiern? Nee, auch kein Bock. Obwohl doch. Abfeiern. Ja, das macht Spaß. Aber auch nicht so schwer. Hm, soll ich Hallo, Freund? Soll ich winken? Nee. Hm. Mann, es gibt einfach nichts Cooles, was man machen kann. Das ist so kacke. Äh, oder soll ich mich einfach da schlafen legen? Was ich eben grad gar nicht wühle. Ich hab jetzt drei Lische durchgeschlafen. Das kann doch nicht sein. Oder zwei, keine Ahnung. Fähig schon. Hm. Soll ich Body Flips machen? Nee. Die will ich eh nicht. Dauert stundenlang. Hm. Was soll ich machen? Na, wahrscheinlich. Ja, komm. Ich geh mal kurz andere Häuser abgucken. Hm. Aber sonst kann ich auch nichts machen. Hm. Ja, gucken. Das Haus. Oh nein, da sind Leute drin. Die dürfen mich nicht lehnen. Oh nein. Okay. Na, gucken. Oh, da sind auch Leute drin. Oh nein. Ja, da sind auch Leute drin. Ah, da sind auch Leute drin. Ah, hier sind... Ah, da sind auch Leute drin. Ah, ja, ja, ja. Oh. Nein, hier ist keiner drin. Hm. Ist der im ersten Schuhschrank? Nee, auch nicht. Hm. Na, ne, im Fernsehen macht auch keinen Spaß. Was ich hier drin abfeiern? Hm, nee, auch nicht. Hm, dann muss ich einfach mal... Ja, ich geh einfach wieder schlafen. Man kann ja sonst nichts machen. Ich studel mal zu meinen Platten, zu meiner Kasalination. So, 20 Uhr noch mal. So, dann geh rein. Gute Nacht, Welt. Bis morgen Nacht. Oder bis heute Nacht. Oh, ja, perfekt. Ich glaube, ich habe es geschafft, bis nachzumachen. Gucken. Okay, da kommt jetzt mal keiner. Äh, warte. Kurz Peppi ausziehen. So. Oh, weh. Wunderschöner Abend. Tja, aber ich muss ein bisschen leider sein, dass das Kacke an einem Abend. Aber viel besser als Tag. Kann man sich die Augen verbreiten, oder? Oh, ja, komm. Ähm, hallo. Hi. Ja, hi. Wollen wir tanzen? Okay, reicht. Ähm, hallo. Reicht. Ähm, ja. Ähm, sollen wir vielleicht was zusammen unternehmen? Ich fasse gleich auf. Wollen wir vielleicht was zusammen unternehmen? Ähm, ja. Okay, komm, dann. Okay. Komm. Aber weißt du was? Hallo, weißt du was? Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich will was dir in der Überraschung geben. Überraschung? Doch, ja. Ich will einfach was geben. Ich bin auch ein netter Kalle, süßer. Ich hab's sogar mit dir. Ja, kannst du Pizza haben. Pizza haben wir noch mit. Was hat deine Mutter gesagt? Dass... Ich hab's mit dem Hauch. Gut. Ähm, was hast du da passiert? Ähm, ähm, hä? Ähm, ja, ist egal. Was hat deine Mutter nochmal gesagt? Dass... Ich hab's mit dem Hauch. Ich hab's mit dem Hauch. Ich hab's mit dem Hauch. Nein. Alles gut. Das hat deine Mutter nochmal... Guck mal, ich wink' sogar dir Hallo, Freund. Guck. Ja, ich wink' dir sogar. Okay. Hier. Ich bin ein ganzer Darkland. Du siehst es. Guck mal, ich spiel' dir sogar Pizza an. Und Horrorclown erschrecken sich. Wow, so. Also alles gut. Ich kenn' das nicht weiter, okay? Nein. Das... Ich hab' das so als Beispiele gemacht. Komm. Komm, wir tanzen nochmal zusammen. Ähm, ne. Will dich nicht blicken. Das ist aber richtig. Passiert. Okay, falsch. Ähm, ja, komm. Komm her. Komm her. Ich bin wirklich ganz lieb. Ach, ein Wurst. Komm her. Komm her. Alles gut. Es ist alles gut. Alles gut. Guck, du hast doch eine Taschenlampe. Die kann jeder sehen. Komm. Oh, Mist. Komm, bitte. Komm einfach mal kurz zu mir, ja? Guck, ist doch gar nichts passiert gerade. Guck. Ja, guck. Komm, bleib doch einfach mal stehen. Einfach mal kurz stehen. Achtung, du fällst runter. Guck hier, wenn ich jetzt Killerklau'n wär, dann wirst du ja runterfallen getotet worden. Also, ich hab' dir geholfen. Ja, also. Bleib stehen. Guck, es passiert doch nichts. Sonst wär' ich direkt auf die Kamera. Aber guck, ich schnau' es doch ganz normal. Was? Gehst du hin? Okay. Gut. Ja. Mist. Ich krieg' den einfach nicht zum Reden. Um zu stehen zu bleiben. Da muss ich was überlegen. Ah, Ballons, warte. Kurz hier gucken. Äh, pfff, pfff. Äh, das nicht. Pfff. Das auch nicht. Ah, hier haben wir die Ballons. Ja. Ich geh' jetzt einfach bei jedes Haus gucken. Okay, das ist es nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Ah, hier ist die Tür offen. Ne, auch nicht. Ach so. Hm, hm. Ne, ist aber keine. Hm. Hier ist die Sackgasse. Gut, dann komm ich kurz mal. Haus. Hallo? Klopf, klopf. Hallo, ist da einer drin? Hallo? Ich will dir einen Luftballon schenken. Ist einer los auf Luftballons? Hallo? Hat einer Luft auf Luftballons vielleicht? Hallo, hat einer los auf Luftballons hier? Hui. Hui. Oh. Hallo? Ach man, kann er mir schon mit Luftballons? Ich geh' wieder nach Hause. Oder läuft einer? Oh, nee. Mann, jetzt kann ich hier rein. Oh, Mann. Hallo, will er vielleicht Luftballon? Ja, wir sind Luftballons. Kommt, die fliegen sogar hoch. Ui. Hallo? Sie will keiner von mir Luftballons. Was ist das? Hallo? Wem will keiner von mir Luftballons? Mann, muss ich ja was anderes überlegen. Oh, Mann. Keiner will von mir Luftballons. Ja. Wer? Ah, hallo, du wieder. Hallo. Ähm, dürfte ich denn vielleicht ein bisschen näher kommen? Wenn ich hier vielleicht eine Luftballon gebe, dann bitte, ich vertraue mir. Den ganzen Tag klauen. Wach auch, komm. Probierst du dich gestiegen zu kommen. Alles gut, hier. Ja, oder raus tanzen. Okay, komm her. Ja. Ja, du musst auch schon herkommen. Jetzt geht das nicht. Komm. Komm her. Wenn du Luftballons. Komm. Komm her. Oh, Mann. Was wirst du denn jetzt? Ah. So, soll ich jetzt die Luftballon geben, wo du auch immer geracht bist? Okay, bleib stehen. Ich mach nichts. Ich mach nichts. Du musst stehen bleiben. Komm, bleib stehen. Ich mach nichts. Warte. Äh, ich geb jetzt den Luftballon. Ah. Fortsetzung folgt. In der nächsten Folge seht ihr, wie es weitergeht. In der nächsten Folge seht ihr, wie es geht. Vielen Dank.